Wir haben ein Korn in die Erde gelegt und die Saat wird aufgehen. Das sagte sinngemäß Margot Honecker, die Ehefrau von DDR-Generalsekretär Erich Honecker, nach der friedlichen Revolution in der DDR, die viele immer noch die Wende nennen, aber es war keine Wende, das ist ein Ausdruck der DDR-Bonsen von Egon Grenz, es war eine friedliche Revolution und heute haben wir 32 Jahre Deutsche Einheit und wir müssen ganz ehrlich sagen, so traurig das ist, so bitter das ist, aber wir dürfen uns nicht mehr in die Tasche lügen, Margot Honecker hatte Recht, denn wir leben heute nicht mehr in der alten Bundesrepublik. Die alte Bundesrepublik, das war ein pluralistischer, freiheitlicher, demokratischer Staat mit vielen Schwächen, mit vielen Fehlern, ich habe da unglaublich viel kritisiert, mir hat vieles nicht gefallen, aber ich konnte das ohne Angst zu haben und ohne zensiert zu werden. Heute leben wir in einem Gesinnungsstaat, heute müssen die Menschen Angst haben, wenn sie die falsche Meinung haben. Viele haben die richtige Meinung, die brauchen deswegen auch keine Angst haben und die sagen, ja was klagen da solche wie der Reitschuster, man darf doch alles sagen. Klar, wenn man brav an alle Narrative glaubt, wenn man brav das wiedergibt, was in den großen Medien und in den großen etablierten Parteien gesagt wird, dann braucht man keine Angst haben, genauso wie man in der DDR keine Angst haben brauchte, wenn man stramm auf Linie war. Leben wir jetzt wieder in der DDR? Nein, es wäre falsch, unverantwortlich und dumm, das zu sagen. Aber genauso falsch, unverantwortlich und dumm wäre es, zu verleugnen, dass wir viele Paralitäten haben. Und am treffendsten ist hier leider die Vorhersage von Bärbel Bohlei, der großen DDR-Bürgerrechtlerin, die gesagt hat, man wird diese Erfahrung von Stasi und DDR-Staat sehr genau analysieren und all das wird wiederkommen, sagt sie, diese Intoleranz, dass man gegen Menschen mit anderer Meinung vorgeht, dass man die ausgrenzt, dass überall die Lüge vorherrscht, die Desinformation, nur es werde in einem anderen Gewand wiederkommen, sagt sie, nicht mehr wie bei der Stasi, sondern sehr viel geschickter. Genauer hat eigentlich niemand das beschrieben, was wir heute erleben. Genau so ist das. Der Alexander Fritsch, Autor auf meiner Seite, der noch vor sieben Jahren um ein Haar Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes geworden wäre. Ja, so waren damals die Zeiten. Heute ist dieser Deutsche Journalistenverband eine linksgrün-rote Kampforganisation. Damals war er noch offen und der hat für meine Seite vor anderthalb Jahren eine Artikelserie geschrieben, warum die DDR gewonnen hat. Fünf Texte sind das. Einer bedrückender und beeindruckender als der andere. Woher kommt das? Ich habe es ja schon öfter erzählt. Ich war in jungen Jahren Jungsozialist und die Jusos hinter verschlossenen Türen, wenn die Älteren nicht zugehört haben, haben die DDR hochleben lassen. Da haben die gesagt, das ist das bessere Deutschland. Wir wollen, dass die Bundesrepublik in vielem so wird wie die DDR. Das sind genau die Leute, die heute in der Regierung sitzen. Olaf Scholz, Schröder, all die üblichen Verdächtigen, die die SPD feindlich übernommen haben, die eine große Sympathie für die DDR hatten. Olaf Scholz war ja da auch öfter drüben, hatte beste Verbindungen. Wie ist das Ganze passiert? Angela Merkel, war sie ein U-Boot oder nicht? Ist sie es genauer gesagt oder nicht? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass sehr viel dafür spricht. In Moskau habe ich das immer wieder gehört, dass sie für den KGB gearbeitet habe. Ich habe keine Beweise. Ich kann es nicht darlegen. Ich weiß nur, dass ihr Vater schon für eine KGB-Tarnorganisation tätig war, dass enge Kontakte bestanden und dass sie eben keine Kritikerin des Systems war, sondern Sekretärin für Agitation und Propaganda. Ich weiß, FDJ-Mitglied musste jeder sein, der studieren wollte, der nicht ausgegrenzt werden wollte, aber sie war eben Funktionärin. Auch das ist eigentlich egal. Wichtig ist, sich das Resultat anzuschauen. Das, was sie mit Deutschland gemacht hat, wo die Verfassungsrichter vor wichtigen Entscheidungen mal ins Kanzleramt zum Abendessen mit dem Regierungsflugzeug eingeflogen werden und dann ganz brav entscheiden, wo sie einen engen Vertrauten als Vorsitzenden des Verfassungsgerichtes durchdrückt, wo sie bei Chefredakteuren anruft, sagt, wie sie zu berichten haben. Ja, all das, was man in Polen massivst kritisieren würde und in jedem anderen Land. Ja, Margot Honecker hatte recht. Und viele merken es gar nicht, weil es eben wie mit den Fröschen ist, weil die Temperatur so langsam erhöht wird, dass man nicht merkt, dass man gekocht wird. Ich war ja 16 Jahre im Ausland. Und das Land, in das ich 2012 zurückgekommen bin, vor allem wie es sich jetzt entwickelt hat, das ist nicht mehr das alte Deutschland, die alte Bundesrepublik. Das ist ein Gesinnungsstaat geworden. Es geht ganz langsam. Und die Vergangenheitsbewältigung hat uns da einen bösen Streich gespielt, weil wir immer den Blick, die Messlatte ganz, ganz oben haben. Und ich sage es jetzt mal ganz zugespitzt, solange nicht Regimegegner in ein Konzentrationslager eingesperrt werden, sagen bei uns immer noch viele, was wollt ihr denn? Es ist doch nicht so schlimm. Aber das ist die völlige Fehlinterpretation der Vergangenheit. Es gab immer Vorstufen. Es gibt immer eine langsame Entwicklung. Und jede Unfreiheit, jeder autoritäre Staat, der entwickelt sich langsam. Und dagegen sind sehr, sehr viele, vor allem im Westen blind. Im Osten hat man ein feines Gespür dafür, sehr viele. Und darum ist der Osten hier sehr, sehr viel wacher. Und da sagen sehr viele, wir wollen das nicht noch einmal. Da erleben sehr viele, dass sich das Ganze wiederholt. Und ja, meine traurigen Gedanken zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, die unter falschen Voraussetzungen leider offenbar stattfand. Ich habe auch noch einen großen Artikel auf meiner Seite dazu. Die DDRisierung der Bundesrepublik. Schaut rein, liest das. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao. Ja, und als Nachklapp, mir schrieb jemand, ob ich das alles ablese. Nein, ich lese es nicht ab. Ich formuliere spontan. Drum mache ich auch Fehler. Wenn ich so dumm wäre, dass ich mit solchen Fehlern ablesen würde, dann würde ich mich schämen. Also nein, ich rede immer in freier Rede. Darum ein paar Fehler. Und ich sage es ganz ehrlich, für die schäme ich mich überhaupt nicht. Und wenn dann ein paar Trolle darüber Witze zu machen glauben müssen, war es jetzt richtig formuliert? Ich glaube schon. Dann tun die mir aufrichtig leid. Und dann würde ich gerne mal sehen, wie die spontan formulieren, ohne dass es aufgeschrieben ist. Ich finde nichts schlimmer und langweiliger als aufgeschriebene Reden. Ich finde das auch in der Politik schrecklich. Aber heute, wie gesagt, weil ja diese ganzen bösen Menschen, die agieren wie Jungen in der Pubertät, die sich dann lustig machen über Fehler von anderen und diese Empörungskultur, weil die so stark sind, darum traut sich das heute kaum noch jemand. Ich lasse mir das nicht nehmen. Bei mir kriegt ihr spontane Rede und mit Fehlern. Aber dafür echt, finde ich, schöner, als wenn es abgelesen ist und dafür fast fehlerfrei. Alles Gute. Schaut wieder rein. Danke. Ciao.